Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen nun, dass Berlin unter Artilleriefeier liegt. Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wilmpark Werder. Räßige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefecht stand, der Flak am Zobunk ermeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist beim Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zur Strecke. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffe vom Führer sofort aufringen. Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steht zwölf Kilometer vorm Stadtkampf und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn. Sie haben... Die spätere Abend ist so lieber, die Gäste. Meine Herren, Sie sind schon im Aufbruch. Ich wollte Sie eigentlich noch sprechen. Die Befehle des Führers über die Zerstörung aller Zivilen Einrichtungen... Bedauere, mein Lieber, aber ich muss fort. Besuchen Sie mich doch bei Gelegenheit in Hohenhöchen. Ich begebe mich jetzt allerdings mit meinem Stapel in den Norden des Reiches, um von dort aus dem Kampf um Berlin zu unterstützen. Ich begebe mich jetzt mit dem Kampf um Berlin zu unterstützen.